so 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 heute wieder eine neue folge sind bei bonzer 1 mal gucken ob wir jetzt zu silber kommen mit einem swain yasuo deck von mogwai deck description oder whatever ja mal gucken wenn ich das nicht vergesse ist es in der box direkt im mirror das gleiche deck ist jetzt das erste mal dass ich das jetzt hier spiele tue ich ohne skin ja no money boys ob ja Marshaal Piuu Me 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 Na ja Geniasso spielen Wollen wir mal gucken Er ist selber ein Kann mich dann Da hat kein Mana mehr Ja Ja, lässt es nicht durch Okay Jetzt wird das tricky Ich gern die Kombo mit 5 Mana direkt Das würde ich vorher machen sollen Also Kann es eigentlich auch noch durchlassen Oder hat noch ein Na wie heißt der Deathsand Genau 3 Mana auch Genau 3 Mana auch Mirror Boys Konzent Ja so kann ich hier mit Kann ich einen Strike Töter Ich hab sonst keinen anderen Spell mehr oder irgendwas Hm Mh Ciao Ja 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 Nix 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 Nix, nix Ja Ja Schade Ja Geht nicht hier irgendwas Bin auf den zuerst Spiele Eigentlich nicht Ja 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 Ich kann ihn aber nicht durch. Genau 3 Block. Ich könnte ihn striken. Oh yeah. Ich kann ihn zwar direkt wieder ausspielen, aber ja, tot ist tot. Oh yeah. Ja, das spielt er sofort aus. Es ist noch genug zum Lethal-Game hier. Was hat es denn mit Schaden? Durch den Potzen. Gut. Äh. Ähm. Okay. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Das habe ich noch nicht gehabt, ja? Ja. So, er kann auf jeden Fall. Ja. Ich habe eine Dehn an. Und dann eigentlich geworden. Also, Block hier. Ja. Yay. Sieg. Wir haben getan, was er getan hat. Juuuuuuu. Oh, fast. Cosmic Construct. T-Hex. Whatever. Oh, fast und eins. Okay, noch ein Game. Ich weiß gar nicht, ob man demotet werden kann, wenn ich das wieder verliere. Oh. Das ist ein Deck mit nur der guten Frau. Oh. Oh. Ich glaube schon. Jetzt zieht natürlich ganz viel Spider-Link. Teilweise sind drei Männer. Gibt es für drei Männer einen Shield? Eigentlich nicht. Ah, das gibt es alles. Immer noch das Plus-Plus-2-HP. Oder ein Chain-Rest. Ah. Okay. Okay. Hm. Nix. Hm. Was ist das? Was ist der Mann? Oh. Technik können wir spielen. Hm. Hier haben wir. Judgment. Oh. Oh. Das ist nice. Oh. Bippo. Oh. 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 Um, mal kurz bin. Zwei, dann schickt er den Dreck wieder zurück, kann er den Dreck wieder ausspielen. Ja, clever. Hm, jetzt eigentlich zu früh, oder? Oh, da noch einer. Andere Units? Was? Ciao. Ciao. Oh. 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 Den Lachen freest bestimmt. Oh. 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 Oh, das ist gut. Oh, okay. Yay! Phew! Yeah, super super! Boop, 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 boop! Wow! Wow! Ah! Herrlich! Drei White Cards, ja. Delig! Oh, ja, ja, die delen will ich, ja. Hm. Okay, machen wir noch ein paar Games. Gucken wie es läuft. Zwei Games, zwei Wins. Vielleicht kommt jetzt ein Aggro-Fug-Roll-Deck. Oh, was war das? Braun-Essow. Oh, gegen Bombs, das ist nice. Oh, ja, mein Watt ist weg. Hm. Some fatter Slade Games, shit deck. No idea. Oh, yeah. Das war's. Let's go. Wow. Wow. Ich hab eine Idee zum Spielen. Wow. Ich hab eine Idee zum Spielen, ja. Oh, mein Gott, das war's ein High-Roll-Deck. Mit Braum? Mit Braum? Hm. Ja, ja. Ich hab eine Idee zum Spielen. Ich hab eine Idee zum Spielen. Toll, toll. Did you see that? Did you see that, Alter? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hm. Ja, whatever. Ich hab nichts zu kaputt machen, ja. Was ist das? Fuck. Nicht schlecht. Boah, das hab ich noch nie gesehen, ja. Ah. Was ist das für ein Mann? Aber wie kostet der eine? Wie viel kostet der eine? It-dea-dead-stairs? Wo ist er? Äh? Was ist denn da noch andere? Was ist das für ein Deck? Muss ich mir nicht dass? Oh, ja... UUU- Irgendwie... Es ist nicht mehr blöd. Alles raus hier. Wir retten den General. Oh, doch nicht. Das ist nicht mal Glück. Das teuerste ever. Die kommen später. Oh no. Ich hätte vielleicht doch zwei nehmen sollen. Ich kann es ja nicht mal kaputt machen. What the fuck? Oh. Ich hätte nicht mal... Ich kann nichts machen. Da ist er. So, wenn er den spielt, kriegt er eine random Karte. Ja, aber habe ich eine Bart? Nein. So, ich war die. Von nun mal. Das war's für mich. fragt man schwierig Jetzt irgendwas spielen, da kommt direkt der Schatz. Direkt angreifen. Ah! Ich greife ihn erst mal ab. Ein HP. Geht irgendein Damage raus? Fuck. Der muss es jetzt spielen. Null Mana. Boah jetzt. Nix da. Der muss noch mal spielen. Ne nutze ich nicht. Ein Schaden. Stimmt. So geht's auch. Oh yeah. What if I guess? Next. To the Rebellion! Wow! Oh, 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 oh! Ha ha. Yes, man! Wow! Rasant! Drei Games, drei Wins! Ja, 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 ja! 30. April. Wow! Oh, die Malphight Variante. Der Float brauche ich hier gar nicht. Oh, das ist nice. Oh, das ist nice. Oh, nice. Yeah. Okay! These decks have feeling different in every way. Damn the fucker, what could you try? Oh! 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 Boom boom boom! Boom boom boom! Gatatui! Oh yeah! Oh yeah! Booyah! Keine Units. Okay. Es gibt sich diese Garten ab. Wir haben noch keine Units. Ganz schön groß wird der. Vielleicht kann ich ihn mit dem Noxchen vor- oder abklatschen. Aber dui! Wir nehmen den 1-1. WTF, Alter. Ist schon wieder... Ich habe doch gar nichts. Uh, kannst du ja Stunning holen. Krass scheiße. Hm. Hm. Das wird mies. Verdammt. Ich könnte die wieder kaputt machen. Hm. Hopper. Ich habe aber nichts zum Spielen. Oh lol. Oh. Äh. Nicht meine Absicht, ja. Boah. Da könnte ich jetzt so fette Damage machen. Der hat ja eigentlich nur die. So. Drei Landmarks, glaube ich. Aber ich habe keine Units. Ich habe einfach keine Unit, Alter. Fuck. Holy fuck. Oh mein Gott ey, das ist das für ein Kack, Alter. Das ist schon die vierte Runde. Oh! Endlich! Aber es geht ein bisschen spät. Oh mein Gott! Hm, nice stuff. Komm! Nice! Hm, er ist nicht so schlau. Hm. 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 ich denke oh yeah Haha. Ich bin die wie ein Tarn. Boah. Ich bin die wie ein Tarn. Ich ziehe vor auch noch Kacke, aber was ich hier ziehe ist heftig, Alter. Ratatoui! Hm. Das ist kein Mikrool. Hm. Hätte ich jetzt noch mal warten sollen. Shitro gegen Shitro. Oh yeah. Oh yeah. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist halt auch kein Waldweite. Haha. Boah! Boah! BOOM! Da 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 BOOM! Ich muss die Kanyas raus vai... Wow, das ist Anima Tsuyo. Best, the best. Und stop running! Adui! Da geht's! Gehto! Dang! Ha! 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 Herrlich. 4×1 we don't win. Premium, ja. Premium. nice bis zu jib brauche ich noch 15 aber ein anderes mal